Hallo ihr Lieben, heute soll es um eine kurze Buchvorstellung gehen und zwar zu diesem Buch hier, Hot Mama von Jennifer Estep, das ist der zweite Teil der Big Time Reihe und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Buch. Als allererstes erstmal vorweg, ich habe ja den ersten Teil der Big Time Reihe Karma Girl gelesen mit der lieben Niki zusammen und uns beiden hat das Buch gut gefallen, also mir hat es noch besser gefallen wie der Niki, glaube ich. Und ich mochte hier einmal auch die Geschichte, ich mochte die Charaktere, ich mochte diese ganze Superhelden-Thematik total und habe mich dann sehr auf den zweiten Teil gefreut, weil wie gesagt, Karma Girl hat mir echt richtig, richtig gut gefallen und ich kann es euch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf eine Superhelden-Geschichte mit Liebe habt, mit Action und Spannung und auch ein bisschen Erotik, dann solltet ihr euch Karma Girl von Jennifer Estep auf jeden Fall angucken. Und jetzt kam wie gesagt der zweite Teil raus, Hot Mama und in Hot Mama ging es um einen Nebencharakter aus dem ersten Teil und das ist die erste Reihe von Jennifer Estep, wo das so ist, dass man in jedem Buch einen anderen Hauptcharakter hat. Also hier ist die Protagonistin in diesem Buch Fiona. Fiona ist einer der Nebencharaktere aus dem ersten Teil. Im ersten Teil war die Protagonistin Carmen und das finde ich sehr, sehr cool, denn sonst war es ja immer so, dass bei einer Reihe wir immer eine Protagonistin hatten und die dann begleitet haben und hier haben wir halt in jedem Buch einen anderen Hauptcharakter und das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass hier in diesem Buch es keine tausendfachen Wiederholungen gab und keine tausendfachen Erklärungen zum ersten Teil. Jeder, der die Mythos Academy von Jennifer Estep gelesen hat, weiß sicherlich, worauf ich da anspiele, denn bei der Mythos Academy war es ja so, dass in jedem Teil ab dem zweiten Band ungefähr die ersten 50 bis 120 Seiten immer noch mal Wiederholungen der Vorgeschichte war und das hat einfach nur genervt beim Lesen. Und ja, hier ist es halt nicht so, wie gesagt, dadurch, dass wir auch eine andere Protagonistin haben. Wir kriegen mit zwei, drei Sätzen noch mal angerissen, was im ersten Teil passiert ist, damit man auch das Ganze noch mal ins Gedächtnis gerufen bekommt oder damit man halt weiß, was los ist, falls man den ersten Teil nicht gelesen hat. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich super, hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. In diesem Buch geht es um Fiona und Fiona ist eine berühmte Designerin in Big Time und jeder kennt sie und gleichzeitig ist Fiona aber auch ein Mitglied der Fearless Five. Sie ist Fiera und sie hat die super Kraft, mit Feuer umzugehen und das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und Fiona ist auch ein nicht so einfacher Mensch und somit kommt auch nicht jeder mit ihr aus. Und wir haben im ersten Teil miterlebt, wie Fiona einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat und sie ist gerade dabei, sich von diesem Schicksalsschlag ein bisschen zu erholen und endlich wieder zurück ins Leben zu finden, denn sie hat ihren Verlobten verloren im ersten Teil, das kann ich ja schon mal sagen. Und ja, darüber versucht sie gerade hinweg zu kommen und sie denkt, es ist Zeit, dass sie endlich wieder auf Dates geht und sie weiß, dass sie noch nicht bereit ist wieder für eine feste Beziehung, aber sie möchte schon mal wieder anfangen, mit Männern auszugehen, um sich halt wieder in diese Rolle einzufinden, des Single-Seins und ja, trifft dann aber eines Tages auf Johnny Bellucci. Und Johnny Bellucci ist der Bruder ihrer Designer-Fahnden, Bella Bellucci, also die ist auch Designerin und auch relativ berühmt in Big Time und die beiden sind halt so ein bisschen verfeindete Designer und Johnny ist halt, wie gesagt, der Bruder von Bella und die beiden treffen auf einer Hochzeit aufeinander und es funkt sofort zwischen den beiden. Und Fiona ist natürlich sehr, sehr verwirrt, denn sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und als dann auch noch zwei Superschurken die Familie Bellucci bedrohen und quasi die Weltherrschaft an sich reißen möchten, muss Fiona gucken, wie sie mit dieser ganzen Situation klarkommt. Und das ist es, worum es in Hot Mama schlussendlich geht. Also wir begleiten Fiona, wie sie ein Stück weit zurück ins Leben findet. Wir begleiten sie, wie sie diese zwei Superschurkenen fertig macht oder halt auch nicht. Und ja, wir begleiten sie dabei, wie sie Johnny kennenlernt und ihn eigentlich ja gar nicht weiter kennenlernen möchte, denn sie merkt, dass halt zwischen ihnen beiden mehr wäre als nur eine schnelle Nacht. Und wie gesagt, sie ist im Moment noch nicht bereit, mehr zu geben. So, wie soll es zum Inhalt erstmal gewesen sein? Ich kann nur sagen, dass die Handlung im Großen und Ganzen gut war. Allerdings haben wir hier einen ganz, ganz großen Knackpunkt und zwar ist das die Offensichtlichkeit. Diese Geschichte ist so offensichtlich und jetzt kommt gerade wieder die Sonne raus und ich werde total hell. Es tut mir leid. Ja, die Geschichte ist einfach komplett offensichtlich. Wir haben hier dadurch keine Spannung in der Geschichte. Es hat teilweise ein bisschen genervt, das Ganze zu lesen, denn man selbst als Leser hat gleich nach den ersten 50 Seiten gemerkt, wer hier wer ist, wer der Böse ist, wer der Gute ist und Fiona braucht einfach mal bis zur Hälfte des Buches, bis sie das alles schnallt und dann stellt sie sich hin so, jaha, ich habe das Ganze allein rausgefunden, ich bin so toll. Und du denkst dir so, boah Mädchen, Alter, das war so offensichtlich und du brauchst einfach mal ewig, um das Ganze zu begreifen. Das war halt ein großer Minuspunkt in dem Buch, dass einfach alles komplett offensichtlich war. Und das hat mich halt beim Lesen echt genervt, denn sonst wäre die Geschichte richtig gut gewesen, aber diese Offensichtlichkeit und diese teilweise, diese teilweise wirklich dargestellten Szenen, wo sie dann halt sich selber feiert, weil sie jetzt endlich was rausgefunden hat, was du als Leser einfach mal schon seit 200 Seiten weißt. Das war einfach so nervig und das hat ein bisschen die Geschichte zerstört, leider Gottes, aber naja gut, was will man machen, ist halt so. Ansonsten wie gesagt, zur Handlung kann ich nichts weiter sagen, die war gut, ich mochte den Handlungsstrang, es war halt, wie gesagt, alles sehr offensichtlich, wodurch halt auch nicht wirklich Spannung aufgekommen ist. Es gab natürlich so zwei, drei kleine Plot-Twists, die man halt nicht sofort hat kommen sehen, wo man aber auch eigentlich schon wusste, während diese Plot-Twists kamen, wie sie dann am Ende ausgehen. Und ja, das fand ich halt ein bisschen schade, denn Jennifer Estep hat da definitiv auch mehr drauf. Also ich weiß, dass diese Frau definitiv aus dieser Geschichte mehr hätte rausholen können. Und ja, das ist einfach sehr, sehr schade. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Fiona sehr, sehr mochte. Ich mochte Fiona im ersten Teil schon, denn sie ist sehr, sehr zickig und sie hat so eine stutenbissige Art und sie lässt sich von niemandem was sagen und sie ist die Designerin und ja, ne, ihr wisst. Also sie ist sehr von sich überzeugt und auch sehr selbstverliebt und sie weiß, dass sie gut ist und sie weiß, dass sie es drauf hat und ja, feiert sich dann halt auch selbst ein bisschen. Und das ist aber okay. Also sie ist halt einfach so ein Charakter und ich mochte das beim Lesen total, denn man merkt halt auch beim Lesen, dass sie auch eine andere Seite hat. Also sie ist jetzt nicht nur die zickige, stutenbissige Designerin, sondern man merkt halt auch, dass sie eine Frau ist, die mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen hat, die ihre Probleme hat und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich mochte Fiona als Protagonist und in diesem Buch auf jeden Fall total. Was die Nebencharaktere betraf, haben wir natürlich hier wieder unsere 4 plus 5. Die mochte ich auch alle wieder total, obwohl ich auch so ein bisschen sagen muss, dass das im ersten Teil irgendwie besser war. Also da sind die Nebencharaktere ein bisschen besser rübergekommen. Auch hier wirken die Nebencharaktere so ein bisschen blass, leider. Aber ansonsten war das halt auch okay. Also wie die miteinander umgegangen sind und alles hat schon gepasst, aber es war halt jetzt nichts, wo ich sage, dass das aus der Masse heraussticht. Ansonsten Johnny Belucci als Nebencharakter war richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte ihn total. Und auch Bella Belucci hat hier noch eine gewisse Rolle mitgespielt und auch die mochte ich total. Ich, wie gesagt, kann zu den Charakteren nichts weiter sagen, außer dass ich es mochte. Was mich noch sehr genervt hat beim Lesen war, dass die Autorin bei Fiona immer wieder erzählt hat, was sie isst. Also Fiona hat aufgrund ihrer Superkraft einen extrem krassen Stoffwechsel und sie muss eigentlich den ganzen Tag essen. Rund um die Uhr, von früh bis spät. Sie braucht, glaube ich, 20.000 Kalorien am Tag oder sowas. Und dadurch muss sie halt immer essen. Und dieses Essen, es wurde immer beschrieben, wenn Fiona gegessen hat und es wurde immer aufgezählt, wie viel Fiona gegessen hat. Und du hast ja die ganze Zeit gedacht, ja, mein Gott, wir wissen doch inzwischen, dass sie mega viel essen muss. Warum erzählst du jetzt noch 20 Mal, was sie alles ist? Und das ging mir auch echt auf den Sack. Also das hätte echt gereicht, wenn sie da zwei, drei Mal erzählt hätte, von mir aus, wie sie sich da vollstopft, weil sie halt einen super schnellen Stoffwechsel hat. Aber man hätte das nicht, das ganze Buch durchziehen müssen. Also das ging mir streckenweise auch echt auf die Nerven mit diesem Gegesse. Und du denkst dir einfach nur, was bringt mir diese Information? Nichts. Naja. Egal. Aber ansonsten kann ich zu den Charakteren nichts weiter sagen, außer dass ich sie mochte. Vom Setting her befinden wir uns wieder in Big Time. Und ich mochte das Setting wieder total. Ich fand es auch im ersten Teil gut. Ich fand die Beschreibungen gut. Ich konnte mir die Stadt wieder richtig gut vorstellen. Und ja, das Welt... Und vom Setting her hat alles wieder gepasst. Es war rund und das mag ich auch total. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Was den Schreibstil von Jennifer Estep betrifft, fand ich ihn auch wieder toll. Jennifer Estep hat ja so einen locker, leichten, einfachen Schreibstil. Der hat ein bisschen Witz in die Geschichte mit reingebracht, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich mochte den Schreibstil von Jennifer Estep wieder. Also Sachen schreiben und zum Ausdruck bringen kann sie auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Handlung dieses Mal hat echt gelitten irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so gewesen ist. Ja, aber kann man nicht ändern. Ansonsten wie gesagt, Schreibstil hat gepasst. Mochte ich wieder total. Mein Fazit zu Hot Mama ist, dass es leider definitiv schwächer wie der erste Teil ist. Also wie Karma Girl. was die Handlung betrifft und dieses ganze Drum und Dran. Das war leider nicht so rund wie im ersten Teil. Ich werde die Reihe aber definitiv weiterlesen, denn im dritten Teil geht es dann um einen Charakter, den wir hier auch schon wieder kennenlernen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es mit diesem Charakter noch auf sich hat. Denn dieser Charakter hat eine extrem lustige Superkraft, wenn ich das jetzt mal so zum Ausdruck bringen kann. Also ich möchte euch jetzt nicht spoilern, was das für eine Superkraft ist und wer das ist. Dafür müsstet ihr dieses Buch dann lesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Also ich muss sagen, dass der zweite Teil leider wahrscheinlich einer der schwächeren Teile dieser Reihe ist. Er aber noch ganz okay war. Also es war jetzt nicht so ein Cold War City Desaster, dass ich sage, boah, war das Buch scheiße. Sondern es war halt einfach ein Buch, was leider mit nichts aus der Masse heraussticht. Also es war nichts in diesem Buch, was besonders war. Es war aber jetzt auch kein schlechtes Buch. Also von daher war das so ein gutes, wie würden die meisten sagen, gutes Drei-Sterne-Buch. Also die goldene Mitte. Es war jetzt nicht hervorragend, es war aber auch nicht schlecht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der dritte Teil der Big Time Reihe ist. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiterlesen, auch wenn der zweite Teil mich jetzt nicht 100% überzeugt. Das war mein Video zu Hot Mama. Es tut mir leid für diese ganzen krassen Lichtschwankungen. Ich werde hier immer heller und dunkler und heller und dunkler. Ich sehe das ja selber in der Kamera. Das tut mir leid. Und ja, falls ihr euch fragt, was das hier im Hintergrund ist, das ist der Rennsitz von meinem Freund. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal angemerkt haben. Der hat hier so ein, für die Playstation, so ein Rennsitz-Ding zum Fahren. Ja, nur falls ihr euch gefragt habt, was das da im Hintergrund ist. Und ja, falls ihr das Buch schon kennt und gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf.